Hallo, wir haben uns jetzt besprochen, wir haben uns jetzt einen Guide angeguckt, wie man am besten Hunting trainiert, also Jagd von Zeit und Chor und ja, jetzt werden wir uns erstmal eine schöne Jagdrüstung kaufen und dann gehen wir nach Janil, kaufen uns ein bisschen Equipment, dann gehen wir auch weiter. Ja, Jungs, warte, ich komm, die Jagdrüstungsreste, blöd, 28 Mal, lass doch, glaub ich, warte, ich guck noch mal, ja, ähm, wo komm, hier, ja, äh, oder warte, 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 Digest sensor all Tyste gegenseit warte, gucken wir doch einfach bei Google wir sehr bei Hilfe guck mal so lang guck ich mal bei der die 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 ja da ja 20 wir können uns das doch polartankleidung oder wald-tankleidung weil das geworben ist wald-tankleidung wenn sie sich kaufen wald ja gibt es ja ich nehme es mal das hemd ok ich hab ich schon mal ich hab nur noch zwei karte drei karten schützt das ist die sparen ähm gibt es ein tp zu Daniel ja die nein gibt es ich guck auf der Karte haben wir von Potsdam irgendwo hin ja wir müssen von Dortmund zu gehen was aber das und warte gibt es überhaupt ein Boot das tut er hat das ist aber die Frage weil es gibt so viele und es wird nicht wie von Dortmund Alex ganz längst da du bist noch nicht aber wie bin ich da gekommen eigentlich ich bin sonst immer nach Aukworn gut oder Sport aber wir können uns jetzt nicht mehr da hin oder doch ich glaub ich hab ne Idee wir müssen von Port Sarim ähm zu nach Brimhafen fahren ähm da wo wir immer Fischen trainiert haben ne wo ist Brimhafen ja Brimhafen da bei der Gewandheitsarena da guck da äh und dann da oben links sind ja so zwei Bote ich glaub da kommen wir dann nach nachdem kann sich doch zu Ost Aardongel oder wie es heißt teleportieren doch nein dafür brauchst du die Quest warte 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 ich hab schon ein Ticket also so Teleport dafür brauchst du ein Ding ein eine Quest die du machen musst ähm nach Port Sarim ja warte erstmal mach ich alles in meine Bank okay wir ähm wir treffen uns mal Lambert jo ja warte ich noch alter ja du kennst ja das Heldenabenteuer ne ja das ist Legendenabenteuer wie es auch meistens das heißt das Schwerde oh ja okay warte kommt bei mir ist da oben so ein Pfeil warum Pfeil ja so ein blauen Pfeil in Ahnung wo der mich überlegt wie der ein Spinnladen es ist es ist zum zum 5 und Prozent Warte Warte Warte, Warte Wurz da wer einfach steht einfach stehen bleiben, du kannst hier ausruhen was ist man müssen schon wieder weiß geworden warum genau zu viel aber da gibt es den landwirtschaftsumhang da wo du bist ne den landwirtschaftsumhang gibt es da wo du grad bist und da ist der typ meister das wird bestehen ja der kann man bestehen der blöde für sie gibt es ja oh fuck hab ich gewusst abwarte den semi und so zu sein verdammt Hast du noch? Gut. Klar. Wenn wir im Asylum würden morgen einpennen. Ja. Obwohl ich nie auch länger wach war. Mhm. Sackgesicht erwartet. Ah, mein Gott. Das müssen wir. Ach, die Eier. Du musst mich auch noch auswählen. Drei noch. Was? Drei noch. Was? Drei noch. Drei noch. Was? Echt. Ich glaube es. Echt. Super. Aber da muss ich jetzt laufen. Warte. Ich hoffe, ich habe noch gut das. Ich warte. Ja, ich warte. Ja. 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 Okay. Hör mal zu. Hör mal zu. Hör mal zu. Hör mal zu. Wie so. Ich sag gerade heiße Kakao. Geh gerade nackt auf meiner Bank. Und was machst du? Dann sag ich es mir. Ich denk gerade an gefolgt, die so meine Beine. Hör mal zu. Ja. Ja, da ist der Geh. Ich bin nicht mit dem Geh. Ich bin nicht mit dem Geh. Ich bin nicht mit dem Geh. ja ich muss schnell meine option zentren und so hast du auch hoch oder auf was hast du was hast du deine bildschirm kraftkoption ganz normal ich hab klein gelassen ich meine niedrig mittel hoch ausweilen ja warte drück mal auf eigene bei dir da hast du mal auf eigene aber es hat mir gar nichts erinnert ich mach einfach vor ja guck sieht doch schon viel besser aus mach auch mal auf hoch also ich warte also äh jetzt noch mal das auf hoch auf hoch bei mir ist alles auf vollbild die da war bitte dann drück auf hoch nochmal auf ich lass rein das eigentlich ist jetzt los oh Gott kommt weiter du warst ja vorhin oder einfach vor allem hab ich gewusst du musst die ganze Drecksarbeit machen du musst die dreckige Garten in Ausflachen machen was hab ich dir jetzt gebaut gedacht die Musik die Musik das die 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 Ich fühl mich falsch Warte Warte Was war das? Leute, warum hat meiner gesagt, was war das? Bei mir auch Warte 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 Das Warte 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 ja durch jetzt hier hat die jahre und so wird knapp weil er hat sich um auf die Zadrung der Katzen wir sind einfach unter runter Alter. So viel. Der hat mir 86 Schaden weggeballert. Warte. Warte, ich muss mein Leben auffüllen. Hast du Essen dabei? Ja. Ich bin mit ihm bereit. 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 Du besagst mir vier. Ja? Du bist so? Ja. Lauf dich bitte voraus. Ja, so. So. Das ist doch angegriffen. Ne. Sieht nur so aus. Okay. Ja, so. Du bist so. Ja, jetzt. Hier noch. Jetzt. Warte! Okay. Oh! Fassen. Aufpassen. Okay. Ich glaube, ich bleibe jetzt hier kurz stehen erstmal. Ich schreibe gerade alles runter. Ich schreibe weiter. die 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 alles ich bin dafür führend gut also warte boah alter war geil ne äh so wo bin ich? hä? wo bin ich? das lässt du dich jetzt mal wissen schau ich werd grad aufstaunt stimmt doch wo bist du? irgendwo da oben ja wo genau mach mal deine Karten ok warte mit 33 Leben überlebt noch unnötig ja nee hey erl danke dass du mich aufs Glück hast aber was geblieben hast hey erl ina ich seh dich nicht dann mach ich auch äh nein warte 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 das war's jetzt mit dem Wort jo bis morgen gut das war's du hast du das war's